Gefahr. Alter Mann, das ist halt cool. Äh, oh. Zauberlernen, Ausbildung. Äh, also ja. Ich hatte recht, dass der alte Mann hier war. Nur hatte ich Unrecht, dass er identifiziert. Das macht dann wohl doch die werte Dame, die uns immer wieder über den Tisch ziehen will. Und die ist hier hinten beim Witzerzähler. Wir kommen ganz schön rum in der Stadt. Aber wenigstens haben wir langsam alle Winkel so abgedeckt. Auch wenn das mit dem einen Trainer da, oder den zwei Trainern in einem Haus, schick war. Also dass wir allgemein noch Ecken haben, wo uns Sachen überraschen können. Deswegen gucke ich auch mal ganz kurz nach hier oben, ob hier irgendwas ist. Einfass mit einer Spinne bestimmt. Können wir nicht rein. Oh, eine Truhe. Und noch ein Haus. Das ist bestimmt irgendwas Zwiebelichtiges. Gegengift und Gold. Ich hätte richtig gerne Heil trinken. So. Katal. Waren durchsehen. Kommt man in der Bank von Sorpigal. Öh. Öh. Ihr haltet. Wollen ins Blumen. Äh. Stopp. Wir sind in einer total abgeschiedenen Ecke der Stadt. Wo sich eins wahrscheinlich nur Diebe und Prostituierte rumtreiben. Und dort finden wir die Bank von Sorpigal. Weil die genauso aussieht wie jedes andere Haus mit den gleichen NPCs. Ähm. Und dort wollen wir unser Gold anlegen und kriegen Blumen in die Hand gedrückt. Euer Gold und eure Kistalle sind bei uns sicher. Okay. Legt Olens Blumen auf den Schrein. Habe ich aus Versehen irgendwas weggeklickt? Das werdet ihr besser gesehen haben als ich. Welchen Schrein. Es gab nur einen Schrein hier im Dorf, oder? Ein Mana-Trank. Oh, sehr schön. Also es lohnt sich definitiv die ganze Stadt zu erkunden. Allein schon wenige Gisten. Hier hinten war irgendwo noch eine Tonne, wo bestimmt eine Spinne drin ist. Genau. Du. Ah. Wir sind aber natürlich ein bisschen dick und stärker geworden. Deswegen können wir die schon One-Rounden. Oder wie auch immer man das nennen will. So. Also wir suchen den Schrein. Obwohl das ja so ziemlich leichte Quest zu sein scheint. Wenn der Schrein denn in der Stadt gemeint ist. Und nicht irgendwo außerhalb. Äh. Wir suchen den Schrein und wir wollten zu ihr hier. Ähm. Ausrüstung bestimmen. Alles. Ich liebe Abenteuer. Ja, ja, ja. Hast du zufällig neue Tränke? Nein. Raus. Raus. Inventar. Unbekannt. 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 Was ist das? Hä? Ausrüstung bestimmen. Alle Gegenstände bestimmen. Alle Gegenstände bestimmen. Okay. Habe ich mich wohl gerade eben verklickt? Hm. Was haben wir da? Wir haben ein Schild mit plus 1. Erdmarke. Äh. Kann weg. Wir haben ein Schwert. Keiner von uns benutzt Schwerte. Ja. Ja, meine Armbrust. Plus 2 Feuerschaden. Wahrscheinlichkeit von 10% dass eine klaffende Wunde entsteht. Plus 2 Schaden Feuer. Ja, die ist besser. Haben wir noch jemanden in den Armbrust benutzt? Jupp. So. Kann auch weg. Äh. Du wirst eine Streitkolbenwaffe. Also können wir dich als Ersatzaufwand nehmen für Orgrum. Auch wenn ich da lieber was Zweihändiges hätte. Aber besser als nix. Hm. Was Rüstung angeht, bräuchte er noch Schuhe. Und er noch Helm. Plus 1 Widerstand gegen Magie. Erdmagie. Na komm. Direkt sieht das mal an. So. Das kann weg. Der Bogen ist Ersatzbogen für Orgrum. Und das ist die Ersatzkugel für Talana. Den Speer behalte ich einfach nur, weil ich vielleicht irgendwann mal Speere lernen will. Was ist mit dir? Du bist für Magie interessant. Mindestens Experte im magischen Foki. Okay, das kommt später. So. Einigermaßen aufgeräumt. Jetzt den Schrein suchen. Ich glaube, der war relativ marktplatzartig lokalisiert. Also man konnte ihn sehen. Oder? Seufzt. Wer seufzt denn da so? Hm. Ne, war wohl doch nicht. Ich hoffe, sie fügen ein, dass man selber sich Notizen machen kann auf der Karte. Also ja, zum einen werden ja eh die ganzen Icons hier ersetzt. Durch richtige Icons, dass man weiß, wo was ist. Aber sonst mag ich es auch tierisch, bei fast allen Spielen, dass man auf der Karte selber Notizen machen kann. Und zwar nicht, dass da irgendwie ein X ist und mit der Maus rübergegangen werden muss, was da steht, sondern dass wirklich gleich die Schrift auf der Karte angezeigt wird. Das ist ein super Feature. Ich weiß nicht, wie schwer das zu machen ist. Aber das haben recht viele ältere Spiele. Und das finde ich einfach nur irre... Wie nennt sich das? Also man kann dann gut mitfiebern. Weil man ja selber was im Spiel gemacht hat. Also ein bisschen so ein Kontrollfreak vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber hier finde ich es toll. Und hier ist nirgends ein Schrein. Ich glaube, ich bin schon zweimal im Kreis gelaufen. Na gut, gehen wir hier nochmal rum. Vielleicht war er doch weiter abseits. Oder ich gucke einfach mal ins Questlog. Wie wäre denn das, hm? Hier war die Bank. Ja komm, Questlog. Blumen für gefallene Heldenden. Olen, eine Einwohnerin von Sorpigal, hat euch gebeten, Blumen auf den Schrein für gefallene Helden zu legen, der sich ungefähr auf halbem Wege zwischen Sorpigal und Burg Pontmeiron befindet. Okay, also das ganze Suchen nach dem Schrein in der Stadt können wir uns schon mal sparen. Und diese Burg Pontmeiron, die haben wir auf der World Map auch gesehen. Warum auch immer wir schon von hier wussten. Aber das war nördlich von hier. Richtig? Nordwestlich? Nordwestlich? Nein, dann sollten wir gleich mal rausgehen. Also Richtung Süden, wo ja eh die ganzen Beliebten sind und so weiter. Sollten wir rausgehen. Und dann werden wir so ein bisschen weiter wechseln von Sorpigal. Dann gucken wir auf die Karte, auf die Weltkarte und gucken, ob wir irgendwo da eingezeichnet werden. Das wäre nämlich praktisch. So, tock, 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 raus. Und sonst, ich denke wir werden so oder so eh irgendwann da hinkommen. Und wir haben eigentlich jetzt schon genug zu tun. Also wir wollten hinter diesem komischen öffentlichen Gebäude, wo wir nicht rein dürfen, dahinter wollten wir uns umgucken. Da waren wir ja gerade zuletzt, mussten uns noch zurückziehen. Dann haben wir auch noch den Leuchtturm, was ja die eigentliche Hauptquest ist. Und der Kristall da hinten sieht irritierend aus. Wieso ist mir der vorher nicht aufgefallen? Ist jetzt aber nicht eine Anspielung auf Might in Magic 8? Da gab es doch diesen roten Kristall gleich am Anfang. Ja, ja, wir schlafen hier schon. Oh, komm. Oh, können wir gar nicht durch. Äh, nicht die Nagerpollen, nicht die Nagerpollen. So. Äh, da ist irgendwas. Doch nicht. Du sahst mir zuerst ein bisschen komisch aus. Räuber, Miliz. Nichts Besonderes dabei. Kein Elite, kein Super-Mega-Boss. Oh. So lange hauen. Also hauen sie mir rum. Hauen sie. So. Einer von euch ein Boss? Der, der könnte ein Boss sein. Also die Elite. Miliz, Miliz, Räuber. Ja, du bist bestimmt einer. Also hauen. 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 Boah, Feuer. Wir werden eh gleich schlafen, um die Lebensmöglichkeit wieder zu bekommen. Elite, dem geht's. Nee, erst den Räuber. Und rutsch. Und rutsch. Nee. So. So, nicht. Nicht die Frauen befügeln. Beim Spotten. Hauen. 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 Spotten. Hauen. 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 Was für ein Drachengeräusch. Ja, ein Drache wäre jetzt glaube ich nicht so gut. Okay, es hört jetzt eher nach Spinnen an. Und ich würde sagen, hier ist wieder ein Punkt, wo die Helden normalerweise was sagen würden. Wenn sie denn schon sprechen könnten. An diesem Ding. Truhe. Mit Gold. Wie profan. Wir wollen Heiltränke. Verdammt. Bombe, sieht komisch aus. Da ist wie ein Dämonenköpfe und Arme, die da rausragen. Da hinten ist Soldat. Habe ich erwähnt, dass die Karte für sich ist? Das ist nicht die ganze Oberwelt. Bin ich mir ziemlich sicher, weil das Spiel momentan ist nur der erste Akt. Von vier, die geplant sind, glaube ich. Sichern. Genau, kriege ich mal. Und schieß, 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 schieß. Und was? Hey, zwei Jahre verfehlt. Was war das denn? Talana und Ockrunger. Nur. Haben beide nicht so wirklich häufig Arme, bis das Spiel ist. Aber ich will nicht. Nope. Nächste Spinnen. Schritt zurück. Und ja, mir ist gerade auch aufgefallen. Ich bin nicht wirklich hinter dem öffentlichen Gebäude. Ich bin auch nicht bei den Banshees. Das wollte ich glaube ich vor drei, vier Folgen schon machen. Und man kann sich hier echt super ablehnen lassen. Ja, ich weiß. Ich sollte eigentlich bei einer Sache bleiben. Ah, ist ein Gebäude. Karte deckt sich auch immer weiter auf. Sehr schön. Komm her. Ja, du. Schritt zurück. So. Bist du ein Elite. Schieß. Nein, bist du nicht. Dann kriegst du auch keine Mahnung von uns. In Form von Feuerwehren. Und jetzt wurde aktualisiert. Stimmt eigentlich. Zehn Kreaturen im Bestiarium. Bestiarium. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wobei die hier irgendwie nicht zählen sollten. Oder wie war das? Also die menschlichen. Ne, doch, die sollten zählen. Er meinte sowas in der Richtung wie lieber zu viele Sachen aufnehmen als zu wenig. Oder so ähnlich. Viert Schritt zurück. Das hört sich auch noch mehrerer an. Ja, eins, zwei. Gehen wir mal schon zurück. Einer von euch, Elite. Ich kann die Farben nicht so gut erkennen gerade. Aber ich glaube nicht. Miliz. 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 Ja. Das kriegen wir auch so. Dann muss Talana keine Feuerwehrleife brauchen. Gehen wir, wir gehen. Genau. Beide her. Dich als Ziel auswählen. Oh, ich glaube, das packt gerade wieder. Ja. Steuerung Alt R. Ja, die sind jetzt eigentlich schon an uns dran. Aber sie werden nicht an uns dran angezeigt. Deswegen ist auch der Minimap auch direkt davor. Aber joa, das passt schon. Wir wären so oder so nicht wirklich ein schwieriger Kampf gewesen. Leider keine Heidrinke. Was bist du? Du hast eine Statue drin. Komm, lass mich umdrehen. Bogenschützen. Ja, das können wir auch. Und sie schießen mal nicht auf Talana. Sehr schön. Uuuh. Uuuh. S-s-s-s. Uuuh. Uuh. Vielen Dank.